I really think you should be Und ja, weiter geht's, wieder auf meiner Folge Hey, der Ander sagt gerade tschüss Ja, und wie er sich wieder fröhlich weiter aufnimmt FRÖHLICH SO HAPPY Ja, oh It's just my life Alter, ich bin so glücklich Wie ein kleines It's my life It's my life Achtung Das Aufnahmeset liegt unter 18 Jahren Hm Achtung, Aufnahmeset Der Mensch, der Leute Über 18 Jahren Ich ziehe den Aufnahmeset Dankeschön Anscheinend Wurrr Wart man, da höre ich mich nicht die Schaden zu machen Nein, tschüss Nein Was will ich? Ey, Spaß kommt zu machen Mach Gar nichts, mach mal das Oh man 3 3 und halbes Wixi bleibt mal da Wixi bleibt mal da Wixi bleibt mal da Wixi bleibt mal da Äh, auch 3 Und meinst du das? Alter Aber mehr macht's 1,5 Okay, ich geh mal Äh, woanders hin So Äh, wirst du mitkommen? Wixi 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 Komm jetzt, komm bitte Wixi Aber wieso macht mich keiner nicht Spaß Kommst du mir jetzt? Er wird das Projekt ausgeschlossen Oh ne Komm auch einmal dieses Behinder zu Kies Jetzt ist mir diese Scheiß Kies entgegen gekommen Ich hab dich, ja und ich seh dich flendert Ich komm mal zu dir Ich seh dich auch flendert WIi Warte, ich baue mich zu dir Okay, ich baue mich vor allem schon runter Warte, ich baue mich vor allem schon runter Was ich auch zu mir? Ja, ich baue mich grad straked nach oben Okay Aber ich kann das nicht ganz gut nicht auf Wenn ich Herze finde, nehm ich die natürlich noch mit Das ist vollkommen klar Hast du mich? Ja Hey, da oben bist du ja da Hi Hi Was ein Zufall Brauchst du essen? Welche Spitzhacke hast du? Ähm, ne ganz normale Saphir, also das stinknormale Schwerte Ja, ja, ich hab Red Ich hab das Schwert hier Okay, ja, ich hab das Schwert hier Das ist richtig nice Das rote hier Bro Ich verzaube jetzt erst mal meine Sachen Ich hab ja noch die auch Ja, du kannst hier rausgehen, ich hab dir schon einen Ausgang gekauft Ah, danke Also, ich glaub die Folge nenne ich Von Klinory abgeholt Tragzeichen und so gezeichnet Wow Steck, clickbait Okay, da mach ich dir noch einen Waitpoint Miene 1 Eingang Okay Öl Okay Öl Gut, dann Würde ich sagen, geh hier mal rüber zum Swarmpoint Ah, da ist ja Flykreis Äh, ich Geht dann mal bei Nacht, äh, Skelette töten für Knochen, das wir heute machen können Okay, Leute, die PX ist so scheiße Echt Echt Äh, kurz weg Oh mein Gott, ich wär fast tot gewesen Schade Gut, so, dann essen wir schon was Die Aufnahmen gehen ganz schön lange, ey, irgendwie hab ich jetzt richtig Bock das ganze vorzuproduzieren Ja Ja Ja, das sind Mit deinem halt einmal Keine Ahnung, wer festbrücken Ja, meine Festplatte ist eh groß genug aus und daher Ja, meine auch Ja, ich hab nicht hervorragend Ja, ich hab nicht hervorragend Weil boah tausend ist da keine Ahnung von dir Okay, ich schau mal schnell, was ich alles hier Ah, also Dann gehen wir mal zurück zum Swarmpoint Unser Ursprung, dass wir das auch mal wieder sehen Wir kommen ihnen immer näher Der Knochenmehl Ich glaub Wenn wir nachsehen, ähm, sieht nichts aus, ähm Okay, wir haben jetzt schon drei Aufnahmen aufgenommen, oder? Ja, also ich nehm gerade meine dritte auf Bei mir ist gerade die dritte Tja Okay, zwölf Minuten, 28 Minuten, und 30 Minuten Diese Folge wird wahrscheinlich dann wirklich so um die richtige 15 Minuten gehen Ja, so 15 Ich schau jetzt Ich schau jetzt die längste Folge mal von mir Okay, naja, meine längste Folge war die erste gleiches War irgendwie jetzt 21 Minuten oder so Was wahrscheinlich wieder, ähm, keine Ahnung, drei, vier Stunden zum Rennen brauchen wird Weil's bei meinem Nestle auch der Fall war Ja, okay, muss nicht mal sein Kann ja natürlich auch sein, dass es sich aus mehreren Videos bei dem anderen hier zusammengesetzt hat Kann ich da ein Video dann einfach auf mein Computer schmeißen, ne, keine durchwerfen da Okay Na ja, auf jeden Fall, ich habe mir jetzt, wo ich die Videos vor produzieren, ein unglaubliches Ziel genommen Wo ist noch? Erst einmal für eine Woche lang Daily Videos Ich glaube, ich Wow Das ist grad irgendwie so Richtig Ich habe mir eine richtig gute Idee Aber ich weiß nicht, ob das geht Wow Okay, dann nehme ich jetzt wieder weiter auf Drei Zwei Eins Eins Und da sind wir wieder Und da sind wir wieder Und da sind wir wieder Leute, drückt mal 2x F9 Ich weiß schon, da kommen solche komischen Laser-Strahlen wie sie da Okay, jetzt sind wir wieder da Das kriegst Und das ist irgendwie voll kacke, weil da solche Laser-Strahlen bei mir sind Ja, genau Wenn ich die Erlaubnis von X2HD bekomme, dann schneide ich was rein Ich kann das einfach erblenden Hä? Ich kann das nicht Wie kann ich die wieder weg machen? Ähm, wie du was wieder weg machen kannst? Die Strahlen Ähm, nochmal F9 Ah, ich schon, das geht irgendwie nicht Ich mach mal Aufnahme auf F12 Wie kann man denn bestehende Waypoints ändern? Okay, dann muss ich jetzt Äh, C, Waypoint Oh nein Noch ein Habe ich schnell mal eingebaut So Okay, du gehst ab M Ja Dann hast Waypoint und dann stellst du da Dann kommst du da Ah, okay Danke Gut, dann mache ich Mine eins mal aus Das bringt mir ja ein Scheiß-Track Wenn ich hier schon den Eingang habe Und ich mich dann nur Strike in die Mine runter bauen muss Ja, die Folge geht ja schon wieder sieben Minuten Also Okay, dann ist es jetzt hier Dann Mach ich das jetzt wieder weiter geht Weil irgendwie hat das gerade ein bisschen Rumpf Jetzt kommt die Monster wieder Ähm, was für ein Zombie Lärm Dann würde ich sagen 3, 2, 1 Ja, Leute, da sind wir wieder Und ja, ich gehe jetzt einfach mal Monster Von Hey, was brauchst du das? Minium Du brauchst das Knochen, oder? Ich habe auch sieben Green Sapphires Vielleicht mache ich mir Ich will mit dem Materialien ein bisschen rum wechseln Ich habe noch ein Setzlängstück gerade Ach, hier hinten ist ja eine Base Vielleicht hab Knochen Alter, war das knapp Bei mir kommt Wie es natürlich in ausgezeichneten 720p60 Matthias, hast du Erde? Erde? Ähm Nö Jetzt wurde ich angestuft Leider nicht Yay Sorry Von wem? Keine Ahnung, habe ich gerade nicht hier Oh mein Gott Ich wurde von der Blechbechse angestuft Wow Äh, angestuft Okay Wer es nicht weiß, er die Blechbechse ist Blechse, nee Aka Kack Texo Hey, wie Creepers sind hier? Ein Plan Na, der hörte mich überhaupt wieder Ach, that's not this Ja Ich habe auch schönes in die Mitte gebaut Soll ich ein Endement versuchten zu töten Ich mach's jetzt Äh, wo der Endement Stirb Hey, bist du dumm? Du bist ja hier Hallo Hinter dir Ich bekomme Hallo hinter dir Au Oh Schau mal, was am Sponus Oh, was dann Mein Gott, wie schön ist das Das ist lauter Holzverschwerden Das ist lauter Holzverschwerden Sorry, das ist sicherlich ein Aumal penetriert Das geht aber auch Hey, das ist schlechtes Schwerz Naturvollkacke Hey, schade laufen Von mir So 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 nenne ich die Folge Also, ihr seht, ich habe wirklich ein bisschen durchgelegt Wir haben jetzt ein Rubinschwert Ein Green Sapphire Axt Also eine Grün-Saphir-Axt Eine Quarz-Schaufel Und eine Saphir-Spitzhacke Rabbidsgarger Brrr 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 Leider haben wir noch eine Lederrüstung Aber das soll sich natürlich auch ändern Würde ich mal sagen Und das machen wir dann Wahrscheinlich in der nächsten Folge Hey, hey Cleary Oder keine Ahnung Hey Wir nehmen jetzt schon die ganzen Merkisse auf Ähm Also meine Aufnahme geht jetzt 10 Minuten 40 Da ist das So zerlegt man ein Skelett Siehst du Siehst du die Combo Hast du die Combo Hast du das gesehen? Natürlich nicht Also Ich habe es aufgenommen, Riga Ich habe es aufgenommen Zuhause und irgendwie schon Alter, ich hasse das Cleary, warte auf mich Ich bin deine Mutter Ja Ich bau mal den ein Ich baue mal den ein Guck mal Mutter wärst heute Michelang um Ich habe es in den Schwert geschlagen Wer hat denn das Essen in den Ofen reingelegt? Ich nicht Ähh Lohle ist es bei dir auch so dass Ähh Wir hatten ja diese ähh Gebratene Schweinefleisch reingelegt also ich bin so freundlich und jetzt ist nicht gebraucht trotzdem ich bin ein gut mensch ein gut mensch ist klar warte ich tue mal mein server hier rein was machst du grüß ich habe ja knochen für dich hier knochen mehr also unser haus sieht geil aus es ist kein haus ich habe ich habe schwer damit schlag kann sich jederzeit schlagen er kann ich dich nicht nehme ich das nicht da rein laufen leute wollte das echt nicht das musst du mir glauben ich dachte du hast es ist vor allem so wie ich dachte du hast irgendwie mehr herzen er hat es ist das heißt recht wichtig jetzt Prozent schüler aber ich mache dass es wieder gut ist auch nicht sein er ich das kann als ein Zeug an das habe ich hier auf jeden Fall meine Schuhe an und ich will ja auch gar nicht die Behinderte was ist mit deinen Frügel los? dieses Handy nervt jetzt auch schon wieder Dress nimmt die Konfi, wenn ihr das seht immer hinrufen sie jetzt nicht mehr die ganze Zeit ich glaube ich nenne die Folge Flammerd am Rage Spaß aber ist ja ok heute soll unser Haus ein Creeper explizit frecki ich glaube ja da hast du den Creeper gerade gerackt jetzt schauen wir uns auch mal an die Leute die hat das nicht Po oh Flammerd du bist feind so 2008 ey du hast du du hast du nicht mal voll Eisen ey wie viele Herzen sieh ich dir ab wie viele Herzen muss ich dir abziehen lol ich tue jetzt die Kiste schau mal in die Kiste schau mal in die Kiste schau mal in die Kiste also siehst du das so auf jeden Fall wir haben jetzt gemischte Werkzeuge was ganz nice ist wenn ihr noch weitere Materialien kennt die man sich hier farm haben und dem man solche Werkzeuge machen kann schon weiß ich gar nicht in den Kommentaren kann ich euch gerne mal für euch zeigen weil in diesem Projekt geht es ja auch darum dass ich euch dann mal so ein bisschen zeige was ihr überhaupt eh baut euch einen eigenen Ausgang das ist mein Revier ach so dann haben wir das ganze geschehen hast du dich gerade selbst geschlagen du hattest dich gerade nicht so selbst geschlagen was willst du du kleiner NoHand ich geh dann mal weg ey baut euch einen eigenen Ausgang ich komm hier nicht raus baut euch einen eigenen Ausgang ok ich komm hier nicht raus ey Alter 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 Hilfe Alter Mann hör auf es ist gerade dein Herz zweite Mal oh das ist mein Ausgang so einfach geht das liebe Leute ja wir sagen bis zur nächsten Folge und tschau du hast dein Haus verschmutzt halt ich ja das ist ja das ist schon ich Untertitelung des ZDF für funk, 2017